Danke. Hör auf, Detective. Mr. Minz hat ein schlechtes Gefühl. Achso, Tux. Eine Muschel ist da. Mal gucken, was die wieder als Armreifer stehen. Ja gut, okay, jetzt lasse ich durchgehen. Flaschenschiff. Habe ich doch gerade eben irgendwo gesehen. Da. Das soll wohl sein, das war auch kein gelöster Zauberwürfel hier. Das ist ein Puzzle offenbar. Wo gehört das hin? Okay. Bild. Dann haben wir da die Pillen, Krückenstangen und ein gelöster Zauberwürfel. Der ist hier drin wahrscheinlich. Jetzt muss man den Griff finden. Man sollte diese Schublangriffe etwas robuster bauen. Ach, da oben. Die Brille. Ich kann leider so zauberen. Es gibt jetzt wirklich Leute, die reiben das einmal in der Hand und dann ist das erledigt. Eine Krücke. Was soll ich denn mit einer Krücke jetzt? Ja. Ich muss nur finden. Du kannst mir deine Schublang. Ich werde einen Augenblick auf ihn halten. Er schießt ihn selber. GRRRRRRRRRRRRRRRR Ich werde jetzt die Toilette runter spüren. Komm! Wo soll ich jetzt mit der Bombe hin? Bin ich raus? Nicht so. Geh es einfach, Damen und Herren. Wir sind alle Freunde hier, oder? Ach, da war er mit der Bombe. Wir müssen hier rauskommen. Die Bombe wird weg. Wir müssen hier rauskommen. Die Bombe wird weg. Danke für deine Hilfe, Robin. Du bist nicht so schlecht, nachher. Du bist falsch. Ich verletzte eine Innocente Frau, um hier zu kommen. Ich habe drei Innocenten Menschen. Es war nicht komplett dein Ding. Wir haben alle das Psycho gespielt. Ich bin nur hier, um die Menschen zu verletzten, um meine Frau zu verletzten. Ich wollte sie zu verletzten. Ich wollte sie zu verletzten. Ich wollte sie zu verletzten. Grief demanden Antworten. Es demanden Justiz. Zedd benutzt das. Nachdem du dir helfenst, mich und all die Patientinnen. Ich weiß, dass du viel mehr bist, als nur eine triste und schuldige Person. Ich sollte hier sein, nicht meine kleine Frau. Ich wollte sie zu verletzten. Nicht die andere Richtung. Ich musste... Schade. Du musst es gehen. Du musst dich werden. Du musst dich werden, die die Ginger gedacht, du bist. Du bist richtig. Ich muss zurückzunehmen. Vielleicht gibt es noch Hoffnung. Lass uns gehen. Also, ich werde mich einmal aufrufen. Tag! Du bist vorbei! Hehehehehehe! Und jetzt... ...Kürtäne! Jetzt springen die dazwischen. Nein! Ich bin... ...ich bin so sorry. Entschuldige mich, Ginger. Und jetzt für das große Finale! Ich konnte niemals hoffen, für ein besseres Ende. Willst du einen letzten Trick sehen, Detective? Ich kann das nicht geben. Taser! Ich... ...dann sah das nicht. Schöne Träume. Was war das jetzt für eine Bombe? Da ist ja nicht mal... ...irgendwie... ...wat... ...ne? Wann nur Puff? Ich fühle mich nicht mehr so allmählich, oder? Oh, und diese kleine Sache... ...die bleibt mit uns. ... you will suffer for this i swear this is not over get him out of here you did great today if it wasn't for you we'd both be dead you saved a lot of people today not everyone just the way it goes gosh i hate mondays i'd love a cup of tea right about now you want one yeah wonderful that's what that's about the bonus capitol have a nice and so we're here with the Gut, dann machen wir Musik planen.